Wir haben das Technorama besucht. Das Technorama liegt in der Schweiz in der Stadt Winterthur. Das Technorama ist ein Technikmuseum, was nicht nur für Kinder sehr gut geeignet ist. Die Preise sind natürlich nicht sehr günstig. Es sind halt Schweizer Preise, was für deutsche Verhältnisse schon sehr teuer ist. In den Ausstellungszahlen war natürlich sehr viel los. Aber man kam überall, was einen interessiert hatte, ohne Probleme heran. Die Experimente waren vom Ergebnis her teilweise sehr überraschend. Die Kinder und sie wo arbeiten jetzt einfach und sie da dann gemacht haben. Du hast die doubts, dass die Pfeil angezeigt. Welten die Pfeil, ihr habt euch zuerst. Die Pfeil sind die Pfeil sind die Anle�ste. Sie sind die Pfeil im Inhalte, collaborate und re 석 chiar. Und die Pfeil haben, die Pfeil sind die Pfeil verpasst. Und die Pfeil sind die Sachen, die Pfeil sind die Pfeil sind die Pfeil zu haben. Untertitelung. BR 2018 Es gab auch technische Vorstellungen und hier jetzt zum Beispiel, wie man einen Donner auch musikalisch darstellen kann. Es gab sogar die Möglichkeit für die Kinder, einen Trip künftig einzufangen. Und dann müssen wir die Kinder aufschließen. Lass uns ruhig aufschließen und ein paar auf der anderen Seite auf die Nase. Alles klar und alle Ohren schützen bitte und Feuer! Läu Schöne Natürlich war auch ein Raum mit optischen Täuschungen verhandeln und die waren zum Teil sehr verblüffend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020